Das wäre der Punkt 1, dieser größere Punkt, Investition. Damit kannst du jetzt zum Jahresende noch mal einiges drücken. Punkt 2, du solltest daran denken, alle Kosten in deiner Gewinnermittlung anzusetzen. Das ist etwas, was ganz häufig falsch gemacht wird. Es gibt nämlich Kosten, die tauchen nicht auf deinem betrieblichen Bankkonto auf, die kannst du trotzdem abziehen. Beispiel bei mir, mein Homeoffice, mein häusliches Arbeitszimmer. Ich habe in meiner Wohnung, die hat um die 80 Quadratmeter, da habe ich ein Arbeitszimmer mit ungefähr 30 Quadratmetern. Also das Arbeitszimmer nimmt schon relativ viel Platz von der gesamten Wohnung ein. Es ist das größte Zimmer in der Wohnung, weil ich da aber auch am meisten Zeit verbringe. Das wird natürlich alles von meinem Privatkonto abgebucht, Miete, Nebenkosten und so weiter.